Das ist ja ganz krass, dass je älter ich wäre, umso weniger interessiert mich eigentlich die Rockmusik. In der Disco, da muss es anders zur Sache gehen. Zuhause, im B&Tech-Haus. Bei diesem Drehen, ja, du bist die ganze Zeit irgendwie nebendran und trotzdem, wenn die Große eins kommt, und wenn die ganze Fraße, wenn das Teil fertig ist, der jeweilige Abschnitt, dann bin ich wieder auf der Hals. Und das ist schön. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Unglaubliche Überlagungen, aber so, dass es nach einer Ewigkeit und der und der und der Schlenker, sind sie wieder alle beieinander. Ich habe euch schon mein hinteres Wohnzimmer gezeigt. Da hängt eine Sita. Der hat mir der jetzt Verstorbene aus Indien mitgebracht. Scheiße. Nein. Ich komme immer zu spät. Ich siebe immer alles auf und dann ist es zu spät. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Ich bin nämlich der liebe Gott, das sieht jeder, ne, hier. Und weil ich doch der liebe Gott bin, darf ich wählen, hören oder sehen. Und da sagen 80 Prozent, Sehen ist wichtiger. Für dein Wohlfühlen, für deine Existenz ist Hören unendlich wichtiger. Du wirst überfahren, weil du das Auto nicht hörst. Du hörst keine Musik, du verstehst keine Sprache. Ohne Gehör, bist du draußen. Kontext. Jaaaaah. Es ist einfach schön. Alle Bewegungen sind schön, irgendwie. Und auch die Sounds, die sich so prägt, wenn wir so am Schmusen sind oder so. Da hängt sie so rum und... Das Westallert ist auch unglaublich schön, unglaublich intelligent. Die total absolute Connection hat. Da konnte ich so mit dem Schwanz hochnehmen, hochschleudern und mit nacktem Oberkörper oder im Schlafanzug wieder auffangen. Er hat nie Krallen rausgemacht und war immer total cool, egal was ich mit ihm gemacht habe. Ja, eher noch mehr als drauf. Ja, das ist überfahren worden. Ich kann gerade wieder weinen. Dann komme ich morgens um sechs mit meinem Pferd von Gotek Glatteis. Auf die linke Seite gestürzt und Schenkelhalsbruch. Und zwei Wochen später fährt der Jürgen wieder Fahrrad. Also das war im Krankenhaus. Na jetzt, Strecke-Rekord. Die vier Stück weit. Da war ich stolz. Wie ich angefeindet wurde. Oh Leber, du alter Kiffer, hör doch mal auf. Lass doch mal die Leute in Ruhe. Glaub doch nicht, dass du länger lebst und so. Als ob es mir ums lange Leben gehen würde. Also ich möchte nicht unbedingt lang leben. Ich möchte gut leben. Und zwar bis zuletzt. Ich möchte nicht am Anfang hier lotern das Feuer und dann öppete öppete öppete. und dann Fl觉 und tut meine Trötenbau-Bastelstube. In dieser Bastelbude baue ich den höchsten Lautsprecher der Welt. Es geht immer was schief. Es ist immer, wenn du so improvisiert schaffst und so hohe Ansprüche hast wie ich. Bei mir muss es auch innen drin schön aussehen, auch wenn das nie im Leben jemand sieht. Das ist die Kappe, da kommt nachher das Fassi rein. Dann sieht es so aus. Das ist so genial.